Okay, Bobby, die U-Bahn ist da. Okay, schnell hinsetzen. Ähm, meinst du eigentlich nicht, dass wir hier ein bisschen auffällig gekleidet sind, Max? Ach, Quatsch, Bobby. Wenn die Zuschauer jetzt den Kanal abonnieren, bevor die Bahn hält, dann wird der Banküberfall auf jeden Fall gut laufen. Vertrau mir, die Leute abonnieren gerade. Okay, da hast du recht. Wir sind da, Bobby. Okay, jetzt wird's ernst. Boah, Max, guck mal, da ist schon die Bank. Mega, Bobby. Aber wir gehen natürlich nicht durch den Haupteingang rein, sondern wir graben uns hier über die Seite rein. Okay, Bobby, wir springen hier runter, ja? Bei drei. Eins, zwei, drei. Hui. Boah. Okay, Bobby, wenn wir uns jetzt hier reingraben, müssten wir direkt unterm Banktresor rauskommen. Alles klar, auf geht's. Okay, hier ist die Abwasserkanalisation. Das ist der perfekte Zugang. Perfekt, Max. Wir gehen direkt unter die Bank. Oh Mann, ist das spannend. Hoffentlich sind hier keine Kameras. Ja, bisher sehe ich nichts, Bobby. Weiter, weiter, weiter. Bobby, siehst du schon die Goldblöcke? Hier geht's rein in die Bank. Geh du vor, los. Okay. Oh ja, Max, das sieht gut aus. Hier ist schon überall Gold gelagert. Mega, Bobby. Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Raum finden. Boah, Bobby, wir sind drin. Boah, Max, ich glaube, wir sind genau unter der Bank. Hier liegt ja schon überall Geld. Mega. Okay, ich glaube, wir müssen hier weiter. Los geht's. Scheint so. Okay, auf geht's, Max. Wir müssen zum Tresor kommen. Okay, schaffst du's, Max? Ja, bisher schon. Das sieht gut aus. Sehr gut. Aufpassen, wir sind fast da jetzt. Nicht mehr runterfallen, Bobby. Okay, einen Schritt näher am Tresor. Geschafft. Perfekt. Okay, hier sind so ein paar Seitengänge, aber... Wo bist du, Bobby? Bobby? Hier. Oh, da. Ich dachte schon. Boah. Sehr gut, du hast es fast geschafft. Boah, wie hoch ich schon bin, Bobby. Boah, krass, Max. Mega. Okay, letzter Sprung. Boah. So, geschafft. Sehr gut. Ich komme hinterher. Okay, Bobby, weiter geht's. Puh. Pass gut auf. Hier ist jetzt ein Sprung, der ist ein bisschen schwieriger. Okay. Ich habe gesehen, wie du es gemacht hast. Das schaffe ich auch. Yeah. Aber hier liegt noch mehr Cash, aber wir wollen ja in den Tresorraum, Bobby. Auf geht's. Was ist das denn hier? Ein Spiegellabyrinth? Bleib dicht hinter mir. Okay, Max. Wir dürfen uns nicht verlieren. Oh Gott. Wie kommen wir denn hier durch? Okay. Das ist echt tricky. Oh, Max. Max, du hast einen guten Riecher. Ich glaube, wir sind fast da. Ja, das sieht gut aus. Wir haben's, Bobby. Haha, damit haben die Bankangestellten wohl nicht gerechnet. Ich bin der Labyrinthmeister. Dann schauen wir mal, was jetzt auf uns zukommt. Hm. Was ist denn hier rechts? Hier kommt man hoch über die Leitern. Ich weiß nicht, ob das so viel komplizierter ist. Oh, Max, aufpassen. Da ist eine Kamera links neben dir. Hast du uns gesehen? Man könnte da oben oder hier unten. Es gibt verschiedene Wege, Max. Komm, wir probieren es einfach. Oh nein, wir sind gar nicht auf dem gleichen Weg. Okay, wir probieren verschiedene aus. Ach, da bist du. Hallo, Max. Ich könnte jetzt sogar den Weg nochmal wechseln. Wir müssen nur aufpassen, dass uns die Überwachungskameras nicht filmen. Ich glaube, bei mir sieht es ganz gut aus. Hoffentlich endet einer der Wege nicht in Leere. Ich glaube nicht, Max. Also, ich bin schon gleich da. Oh, oh, jetzt wurden wir auf jeden Fall gesehen von den Kameras. Nein. Aber schaffen wir das nicht, da rechts rüber zu springen, Max? Ich glaube schon. Schau mal. So. Tada. Stark, Bobby. Ich hab's auch geschafft. Sehr gut, Max. Wir haben's geschafft. Und hier liegt wieder Geld. Und hier sind Schließfächer. Oh, mein Gott. Aber wir müssen weiter, Bobby. Ich glaube, wir sind wirklich direkt unter der Bank, Max. Oh, mein Gott. Da sind Laserstrahlen. Und eine Truhe. Wir müssen aufpassen, dass uns die Laser nicht treffen. Jetzt wird's tricky, Bobby. Oh, oh. Duck dich. Max, ducken. Okay. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Bobby. Okay. Wir sind an den Kameras und an den Lasern vorbei. Was ist in der Truhe, Max? Code 5. Oh. Wir haben den ersten Code gefunden. Oh, mein Gott, Bobby. Wir wurden irgendwo anders hin teleportiert. Wo sind wir denn jetzt, Max? Das ist ein anderer Raum der Bank. Die Fässer sehen irgendwie gefährlich aus. Ja, ich glaube, wir sollten hier in der Mitte entlang, oder, Max? Nein, wir springen einfach über die Fässer drüber. Oh, mein Gott, Bobby. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Siehst du, die Fässer sind gefährlich. Verdammt. Okay. Wir sollten auf jeden Fall nicht mehr mit den Fässern in Berührung kommen. Hm, wo können wir jetzt weiter? Entweder sind das hier Druckplatten? Ich geh mal hier hoch. Hm, nee. Okay, ich glaube, wir müssen hier lang, ohne von den Kolben erwischt zu werden. Ich glaube, du hast recht, Max, aber schön vorsichtig. Okay. Ersten geschafft. Zweiten geschafft. Und wir sind beide drüber, Max. Sehr gut. Weiter geht's. Okay. Auch geschafft. Das war easy. Du entscheidest dich für den seitlichen Weg. Dann nehme ich die andere Seite. Okay, jetzt hier runter. Das ist einfach. Okay, das war gar nicht so schwer. Weiter geht's durch die Türen. Du rechts, ich links. Weiter geht's. Oh, wir sind schon wieder in einem Labyrinth. Pass auf, da ist ein Loch, Bobby. Okay, komm, geh vor, aber vorsichtig. Oh Gott, aufpassen, Max. Eine Stachelfalle. Oh nein. Bloß nicht berühren. Oh Gott, sie hat mich getroffen. Okay, weiter, weiter, weiter. Komm. Ähm, rechts oder geradeaus? Wir gehen geradeaus lang. Hier rüber. Oh nein, eine Sackkasse, Max. Okay, pass auf, ich geh vor. Ich hatte ja eben einen guten Labyrinth-Riecher. Noch eine Sackkasse. Noch eine Sackkasse. Müssen wir vielleicht doch über die Stachelfalle, Max? Okay, komm, wir probieren's. Sie hat auch aufgehört. Sie hat aufgehört? Dann schnell. Nein, sie hat wieder angefangen. Du musst im richtigen Moment springen. Kipps. Perfekt, Bobby. Vorsichtig, hier ist das nächste Loch. Und wieder ein Loch. Okay, geschafft. Okay, hier ist ein Mittelgang. Oder wir gehen hoch in die Bücherregale hinein. Was würdest du sagen? Wir gehen hoch in die Bücherregale rein. Okay, geh du rechts lang, ich geh links lang. Los geht's. Okay, Bobby, bei mir waren nur Spinnenweben. Da komm ich nicht weiter. Dann bleibt nur noch der linke Gang. Komm, verübt mir. Oh mein Gott, ja, hier geht's weiter, Bobby. Wir sind hinterm Bücherregal. Vorsichtig, da kommt wieder was aus dem Boden. Nein, ich wurde erwischt. Verdammt, man darf noch nicht mal nahe kommen. Vorsichtig, hier ist eine Falle. Hier ist eine Falle. Pass auf. Oh Gott, ich sehe, es ist eine Stolperfalle. Wir müssen drüber springen. Das ist ja tricky hier, okay. Ich bin drüben. Pass auf, hier ist noch eine Falle, Max. Okay, ich versuche wieder drüber zu springen. Du hast es geschafft. Oh mein Gott, was ist denn hier? Sind Redstone-Fackeln? Ich glaube, wir müssen hier einfach hoch. Ja, sieht so aus. Okay, das war einfach. Hier ist eine Lore. Hey, können wir damit jetzt fahren, Max? Warte auf mich. Oh, da kann ja nur einer rein. Ja, Bobby. Okay, dann fahre ich mal damit. Ciao, Max. Viel Spaß. Tschüss, Bobby. Ich hoffe, dir passiert nichts. Ich bin unten. Okay, ich komme dir einfach nach. Seltsam, Bobby. Was die sich hier einfallen lassen in der Bank. Ganz komische Sache. Pass auf, hier sind überall Fallen, Max. Oh mein Gott. Hier ist schon wieder eine Stolperfalle. Au, ich wurde vom Fall getroffen. Max, du musst aufpassen. Okay, Bobby, weiter geht's. Wir haben es fast geschafft. Vorsichtig, jetzt nicht mehr runterfallen. Das wäre wirklich dramatisch. Das wäre sehr dramatisch, Max. Ich bin direkt hinter dir. Wir haben es geschafft. Was ist das denn hier für eine Maschine? Noch ein Laser. Ich glaube, wir müssen über den Laserstrahl drüber. Und zwar über diese Falltüren hier. Kommst du, Bobby? Ich bin direkt hinter dir, Max. Hier ist Wasser. Wir müssen, glaube ich, durchs Wasser nach unten. Max, nur nicht ertrinken. Geht es da lang? Ja, ja, ja. Wir können hier raus, Bobby. Wo bist du? Okay, Max. Ich folge dir. Okay, weiter geht's. Hier runter. Hier sind ja überall Stolperdrähte, Bobby. Siehst du das? Oh Mann, ist das gefährlich, Max. Die haben sich echt was einfallen lassen von der Bank. Wenn da wieder Pfeile rauskommen, können die uns hier runterschießen. Also gut aufpassen, okay? Was ist denn, wenn wir einfach hier rüber gehen, Max? Guck mal. Ich habe die Bank ausgetrickst. Bobby, du bist ein Genie. Aber pass auf. Sie haben daran gedacht und auch Fallen platziert. Ja, aber es ist viel leichter, Bobby. Das war genial, Bobby. Mega. Oh Gott. Oh Gott. Aufpassen, aufpassen. Okay, weiter geht's. Über die Blöcke hier. Okay, hier ist kein Stolperdraht. Wir müssen wieder durch diese Falle. Okay, gut. Okay, hier sind Löcher. Hier sind auf jeden Fall wieder Stolperfallen. Aber ich glaube, auch hier können wir austricksen. Können wir nicht da hoch? Ja, Max. Ich glaube, du hast recht. Ja, Bobby. Ich bin hier oben. Wir tricksen die Fallen aus. Mann, sind wir genial. Und schon sind wir am Ende. Und zwar bei der Truhe, Max. Da ist die Truhe. Okay, Bobby. Ich glaube, wir kriegen den nächsten Code. Eine 4. Yeah. Geschafft. Oh mein Gott, Max. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hä? Wir wurden woanders hin teleportiert. Hier sind Kronleuchter an der Decke, Bobby. Und, äh, guck mal, was ist denn das da hinten? Ist das ein Elefantenarsch? Äh, komm. Komm, wir gehen hin. Komm. Dass die Bank sich einfallen lässt, um die Sachen hier zu beschützen. Ganz komisch. Hier ist ein Kleiderständer. Achtung, fallen. Oh, aufpassen. Okay, da können wir ja drum rumlaufen. Und das ist doch, was ist das? Ein Mammut? Ein ausgestellter Mammut. Warum ist der hier unter einer Bank? Der ist nicht ausgestellten. Max, der lebt. Aufpassen. Max. Schnell, wir müssen weiter. Achtung, ein Laser, drunter her. Aufpassen, fallen und Laser. Oh Gott, die Laser haben mich getroffen. Ich komme. Achtung, dass man so kommt. Okay, geschafft. Aufpassen. Okay, weiter geht's. Bilder, ein Amboss, Farmen. Aufpassen, hier sind wieder Fallen. Ja, ich sehe es. Oh, die sind aber versteckt diesmal. Ja. In der Mitte. Gut, aufpassen. Was ist das denn hier in der Mitte, Max? Das sieht aus wie ein Brunnen. Ein seltsames Gebilde. Okay, weiter geht's. Max, jetzt nicht einfach durch die Tür laufen. Guck mal, da ist eine Falle. Aufpassen. Oh mein Gott, okay. Ich hab's. Okay, warte. Drei, zwei, eins und los. Puh, geschafft. Sehr gut, Bobby, okay. Okay, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Hier sind überall Fallen und Löcher. Ja. Dürfen nicht runterfallen. Aber es geht, es geht, Bobby. Es ist nicht so schwierig. Nein, noch ein Mammut. Okay, Bobby, wir müssen schnell sein. Du rechts, ich links. Und los. Und los, Max. Einfach weiter rennen. Nicht nach hinten schauen, Max. Nicht nach hinten schauen. Weiter, weiter, weiter. Wir müssen über den Laser springen. Oh Gott, ich wurde getroffen, aber ich lebe noch. Noch ein Mammut. Und wieder schnell sein, Max. Rennen, 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 Bobby. Einfach vorbei rennen. Okay, weiter geht's, Max. Jetzt nur nicht runterfallen. Aufpassen. Ja, wir müssen hier durch. Oh Gott, hier sind überall Löcher. Verdammt. Hier am Rand lang. Oh Gott, der Laser hat mich getroffen. Aufpassen. Komm, Bobby, am Rand. Ich sehe schon die Tour, Max. Oh mein Gott. Ja, weiter, weiter, weiter. Okay, hier ist noch ein Laserstrahl. Oh nein. Ich glaube, das ist immer noch nicht der Tresor, den wir suchen. Was hat die Bank sich da ausgedacht? Ich glaube, sie spielen ein Spielchen mit uns, Bobby. Ich glaube auch, Max. Okay, aber wir haben es geschafft. Ist hier wieder ein Code drin? Was ist in der Tour? Eine Neun. Oh mein Gott, wo sind wir denn jetzt? Hä, das sieht schon wieder nicht nach einer Bank aus. Das sieht aus wie eine Bibliothek. Hm, seltsam. Öffnen wir mal diese Türen. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Vorsichtig, dass wir hier nicht runterfallen. Ach, hier weiter. Boah, fast wäre ich runtergefallen. Okay, ich hab's. Weiter geht's. Huh, ich auch. Nein. Pass auf, hier sind überall Fallen. Wovon wurde ich denn jetzt erwischt? Von diesen Messern. Das wäre fast schief gegangen. Okay, weiter geht's. Boah. Hier links sind Leitern. Wo gehen die denn hin, Max? Schau mal, Bobby. Guck mal, ich bin hier oben. Was ist denn da? Hm, nichts Besonderes. Ich glaube, wir müssen unten weiter, Max. Okay, Bobby, dann komm zurück. Okay, aufpassen, hier schwingen wieder Messer. Also, ich bin jetzt hier oben, Max. Ich glaube, von hier kommt man auch weiter. Meinst du, hier geht's lang? Das sieht einfacher aus. Ja, folg mir. Ja, ja, du hast recht, Bobby. Okay, und jetzt hier runter auf den Schleim. Uh, perfekt, Max. Mega. Aufpassen, hier ist wieder eine Stolperfalle. Zwei Stolperfallen. Ich setz mich erstmal hier hin, Bobby. Okay, Max, machen wir eine kleine Pause. Puh, gut, ich glaube, das reicht. Hm, okay. Vorsichtig. Oh Gott, oh nein, ich hab die Falle ausgelöst, Max. Ach, ich hab's geschafft, ohne sie auszulösen. Okay, Bobby, weiter. Meinst du, die Bankmitarbeiter wissen schon von uns? Ja, durch die ganzen Kameras befürchte ich schon. Deswegen müssen wir uns auch beeilen. Bobby, ich hab nur noch drei Herzen, beeil dich. Okay, oh Gott. Puh. Lebst du noch? Oh Gott. Noch ein Laser, wir müssen aufpassen. Wir gehen hier rechts durch. Pass auf, noch eine Stolperfalle. Verdammt. Okay. Was ist denn hier? Wo geht es denn hier lang? Ich glaube, wir müssen hier durch. Du hast es geschafft. Was ist das? Hier ist ein Hebel. Oh, der fährt mich hier hoch. Ah, und hier kann ich jetzt auf den ersten Block springen. Puh, Max, ich hab's geschafft, komm. Okay, ich komme. Yeah, super. Weiter geht's. Mega, Bobby, weiter geht's. Pass auf, hier sind Magma-Blöcke, da dürfen wir nicht reintreten. Und immer nach Fallenausschau halten. Oh, diese blöden Spinnnetze überall. Bobby, wo bist du? Ach, da. Ich bin auch hier. Bobby, du schaffst es, pass auf, die Magma-Blöcke. Ich steck schon wieder fest. Aua. Jawohl, wir haben's. Juhu, weiter. Bobby, wo bist denn du? Ja, ich hab's auch geschafft. Ich hatte schon wieder gedacht, du bist weg. Hm, das sieht mir nach einem weiteren Labyrinth aus, oder? Ja. Okay, du hattest doch einen guten Riech, Max. Ich folg dir wieder. Okay, probieren wir's. Ich würde sagen, hier, Vorsicht, Loch. Okay, immer diese Löcher überall. Aua. Oh, ich seh schon den Ausgang da hinten. Wir haben's fast. Ja, Bobby, wir haben's gleich. Ja, ich kann den Ausgang schon sehen. Wir haben's gleich. Nochmal ein Loch, pass auf. Hier rüberspringen. Vorsicht, diese Messer, Bobby. Okay, Bobby, hier musst du aufpassen. Hier sind wieder Messer, die von der Decke kommen. Das sieht so aus wie das, was wir eben hatten. Dann gehen wir wieder nach oben, würde ich sagen. Okay, und dann müssen wir hier wieder rüberspringen, Max. Sei bloß vorsichtig, dass wir nicht runterfallen. Da ist auch schon die letzte Truhe. Okay. Ich hab's geschafft, Max. Ich steh schon direkt davor. Yeah. Und eine Eins. Oh mein Gott, Bobby, wo sind wir denn jetzt? Das sieht eher wieder nach Tresorraum aus. Ja, Mann. Richtig cool, Max. Komm, lass uns probieren, hier weiterzukommen. Okay. Okay, hier hoch, komm. Geht es denn hier rein? Oh mein Gott. Wir werden aber gesehen, Bobby. Hier sind überall Kameras. Wo bist du denn? Max, wo bist du? Ich bin hier oben. Ich glaube, wir haben uns verloren. Okay. Dann laufst du da lang, wo du bist, Bobby. Vielleicht finden wir uns gleich wieder. Hier, ich bin direkt hinter dir, Max. Ach, da bist du. Okay, zum Glück. Oh Mann, und da ist doch wieder eine Überwachungskamera. Ja, sie beobachten uns. Okay, weiter, komm. Okay, wir müssen uns beeilen. Zum Glück sind wir verkleidet. Niemand kann erkennen, wer wir sind. Das ist wirklich gut. Das war ein guter Plan mit der Verkleidung. Ja, auf jeden Fall. So kommen wir an das ganze Geld. Okay, vorsichtig über die Lasers springen. Oh nein, selbst wenn man denen nahe kommt, sind die schon so heiß, dass man sich ein bisschen verbrennt, Bobby. Ja, Max, habe ich auch bemerkt. Pass gut auf, nicht, dass du runterfällst. Okay, komm her. Sehr gut. Lava, da müssen wir wahrscheinlich rüber. Und jetzt durchs Lava-Labyrinth. Okay, das schaffen wir, das schaffen wir. Das ist ja noch relativ einfach, aber hier ist auch wieder überall Geld, Max. Mega, aber nicht davon irritieren lassen. Die wollen uns nur ablenken, damit wir nicht bis zum Tresor vorstoßen. Das stimmt, aber wir wollen ja den großen Diamanten finden. Genau. Okay, hier scheint alles sicher zu sein. Ja, jetzt keinen Fehler mehr machen, Bobby. Nein, aufpassen, nicht runterfallen. Hier ist ein Wagen voller Geld, Max, guck mal. Mega, oh, den würde ich am liebsten auch mitnehmen. Bald sind wir reich, Max. Bobby, ich sehe die Tresortür da hinten, schnell. Okay, Bobby, hier oben steht, in welcher Reihenfolge wir den Code eingeben müssen. Eins, neun, vier, fünf. Okay, schnell, Max, nicht, dass die Mitarbeiter der Bank kommen. Okay, eins. Beil dich. Neun, vier. Und jetzt die fünf. Oh mein Gott, Bobby. Oh, der Tresor ist offen. Wie krass ist das denn? Pass auf, da sind nochmal Laser. Komm, schnell, wir müssen durch. Schnell, Max. Siehst du den großen Diamanten? Aufpassen, Bobby. Aber das ist nichts für uns. Das machen wir easy. Wir müssen uns trotzdem beeilen. Die Polizei ist bestimmt schon hinter uns her. Oh mein Gott, Bobby, hier ist der Diamant. Wie cool. Wir haben es geschafft, Max. Wir sind reich. Boah, guck mal, wie viele Diamanten da rauskommen, Max. Okay, jetzt müssen wir nur noch raus, Max. Komm, schnell in den Fahrstuhl. Okay, wir müssen hoch aufs Dach, Bobby. Das ist unsere einzige Möglichkeit, zu entkommen. Nimm deinen Fallschirm, Max. Okay, bist du bereit? Ja, los geht's. Wuhu. Bobby, wir haben es geschafft.